Hey! Hey euch! Wie man sich teleportieren kann und das Beste ohne Vaultedit oder Mods, nur mit Command-Blocks und, ja, fangen wir jetzt mal an Schön, Teleported Turn, warte mal. Ja, hier hier mach ich so einen kleinen Server oder Map ja, halt, zu der Survival-Games-Arena, die mit dem Mod gebaut wurde und halt Back to Heart Und jetzt zeig ich euch wie das geht Ja, ich hab die Welt gewechselt und jetzt zeig ich es euch Ich Ich hoffe es wird euch gefallen halt, schön. Also hier ist das, was ich mit dem Kit gezeigt hab Aber jetzt interessiert es uns eher nicht außer euch. Ihr könnt dann in der Beschreibung halt den Link finden Also wir müssen erstmal so einen kleinen Spawn rummachen egal, der kann auch riesig sein Ich mach jetzt mal einen kleinen Wie ihr vorhin gesehen habt war meine eigentlich wesentlich groß Oh ne, mit diesem Shadow bewegt sich alles so schnell Warte jetzt mal Ich mach jetzt mal hier Tag Weil es sieht dann so scheiße aus Wenn man auf Nacht Oh ne, jetzt kommt noch die Musik ZT Also machen wir jetzt einen kleinen Raum hier Ja Der kann irgendwie sein Es ist eigentlich ganz egal Okay Ihr könnt ihn auch halt so 50 Stöcke bauen und so halt So ein geiles Minecraft Haushalt Aber halt Wenn ihr das so macht und kein World Edit habt dann könnt ihr halt so auswählen Das da Aber das finde ich bisschen Egal, also wir sind jetzt da ok Also denkt sich jetzt mal vor Hier ist halt der Spawn rum Kannst den Boden auch anders machen Aber das ist jetzt egal Also Da macht sie hier so Eine Kleine Redstone Linie sozusagen Und dann halt ein Command Block Aber Ihr müsst erstmal wissen, wo ihr hin teleportieren wollt Also Zum Beispiel hier ok Drückt Hier F3 Dann schreibt ihr halt irgendwo Ich schreib's jetzt mal hinten Stift Auf dem Papier halt Ein Stift X Minus 4 1 7 Y 56 Und Z Minus 1 5 8 Jetzt drückt ihr wieder F3 und geht zum Command Lock zurück Und drückt jetzt halt Slash Slash TP Add P Target Nearest Player Hier unten steht alles Ähm Drückt ihr dann Minus 4 1 7 Also halt mit Reihen nach unten Macht sie halt so Wieder Abstand 5 6 Und minus 1 5 8 8 Dann Dann könnt ihr noch Wenn ihr halt wollt So mach ich's Ähm 5 ist es Ja Noch so 2 Command Blocks machen Ich mach die jetzt einfach so hin Und Da auch eine Redstone Leitung Ja ich hab's Wort gefunden Aber Das soll nicht am Ende sein Sonst Geht die Verbindung mit dem Command Block nicht Eins bevor wär besser Da machen wir hier Hier die Redstone Verbindung Oder was auch immer Und sagen Slash Save Will Will Come To Our Server Und Danach Hier noch Könnt man was machen Oh Nein Und zum Beispiel sollte das jetzt hier so sagen Ähm Slash Say Ähm Wachen wir mal Thanks For Playing Aus Our Server Geil Und Jetzt Nein Ich schreibe jetzt einfach Say Thanks For Playing Okay Events dann wieder gelöscht wird Ah Das ist dann sowas von Scheiße Also machen wir jetzt hier auch Die Redstone Verbindung Und wo ist das Da brauchen wir Button tut's auch ja Genau Hier Machen wir jetzt mal hier den Button so hin Aber Passt auf Nur im zweiten Im ersten ist hier der Block Ich hoffe das geht Ja Teleportet Und wie ihr sehen könnt Thanks for playing Teleported halt Welcome to our server Man wird genau hier teleportet Damit man's halt das nicht sieht kann man hier sich halt noch so ein Zimmerchen bauen Oder was auch immer Ja Danach braucht man halt Kann Also Stell's euch jetzt mal vor Wir spawnen hier ok Spawnen wir halt so ne Ach Kleine Mauer So machen wir bis Zwei hoch Man kann das auch mit Hebel machen aber ich glaube ein Button sieht so schön aus Druckplatte geht auch Und jetzt machen wir zum Beispiel wir wollen jetzt das hier in ist soweit wie games rein ist Ok die wird ein bisschen nicht hier sein ein bisschen weiter halt aber Zum Beispiel machen wir wieder x minus 4 3 5 5 6 ist y und z minus 1 5 1 Die Koordinaten sind nicht immer so ok Irgendwo hier ich kann nichts Egal Aber Die sind nicht immer so ok Also machen wir jetzt hier mal Nehmen wir dann 5 Man kann um ehrlich zu sein hier hinten halt gleich Kommandblock machen und schreiben Dann Slash die Pi Dann Pi Dann drückt man halt mit 3 nach Nochmal Minus 4 3 5 Und 6 Minus 1 5 1 Aber jetzt habe ich da was vergessen das ist sehr wichtig Sonst wird irgendwo anders gespawnt oder die Das hier gibt es irgendwie nicht Und jetzt halt Drückst du drauf Die Powerjet Hä? Ah da hinten Ok halt Man Aber Man kann es auch mit Rats in die Leitung machen Genau wie da hinten Und halt schreiben Welcome und so Oder Good luck To the games So halt Survival games und so Man kann halt alles mögliche schreiben Das Spawnraum wie gesagt kann auch halt Zu hoch sein 50 Blöcke hoch Eigentlich ist euch egal halt nur da Dass Ihr hier die gescheiten Klöpfe und so habt Habt Oder Ihr botzt euch einen Spawnraum Einen großen Und macht so auf eine Mauer Ok Ihr dekoriert den halt schön und so Und auf eine Mauer Macht hier halt Anstatt Dista damit man hier draußen spawnt Ist das der Spawnraum Und sie macht Knöpfe hin und hinten Leitungen Redstone Und halt Command Blocks Damit Damit Ihr Halt Gleich zu den Spielen geht Ja Anstatt sich halt Oh das regnet Schaut sich jetzt das anschauen mit diesen Shatterpack Den schreibe ich noch Auf der Beschreibung Ja und halt Damit ihr gleich zu den Spielen kommt und nicht halt Erstmal spawnen Spawnraum Und danach Schauen wir uns die Spiele ran Und halt gleich einen großen Spawnraum bauen Und da kann man sich die Spiele anschauen Und dann Zeig ich jetzt mal noch einen schnellen Survival Games Erinner Die ich Gebot hab Ja ok Machen wir schnell Ich bin aus Scheiße Egal Danke fürs Zuschauen Ich hoffe es wieder hat euch gefallen Ciao Bis nächstes Mal Euer Raffel